Heute testen wir diesen Charakter Wurstroller, um so ein wunderschönes Muster in die Wurst zu kriegen. Ganz einfach soll es gehen und so sieht das Ganze aus. Hat hier wirklich scharfe Zähne. Das Ganze funktioniert so, man legt das drauf und geht hier mit wirklich schönen Druck drüber. Also das Ganze funktioniert sehr gut und grillen anschließend unsere Würstchen. Man kann jetzt wunderbar die Schnitte sehen, weil die Wurst sich ausdehnt und nicht unkontrolliert jetzt platzt. Und ja, hat das funktioniert? In meinen Augen schon. Ist gleichmäßig eingeritzt, wir schneiden die an. Schmeckt wunderbar und man kriegt sogar durch dieses Einritzen mehr große Fläche. Also von mir auf jeden Fall ein Daumen hoch. Hat super funktioniert. Wichtig dabei, richtig mit Schmackes reindrücken. Am Anfang traut man sich das nicht. Man denkt, die Wurst geht kaputt, aber nein, die ist dann wunderbar eingeritzt. Kann ich nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.